Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause. Hier ist Genialterdem. Ich freue mich heute über illustre Gäste. Frau von Sinn, guten Abend. Oliver Pezzukat ist da, Oliver Welke, Barbara Schöneberger, Bernhard, wie war die Ihr zweiter Name? Hoäcker und Sie sind Hugo Egon Balder. Ist doch schön, wenn man Leute im Umfeld hat, die einem ein bisschen helfen. War das schon die erste Frage? Nein, aber mir ist sein Name jetzt sofort eingefallen. Das passiert auch nicht oft. Ich glaube, Sie haben schon wieder so einen Blick drauf. Nein, was ich heute habe, ich habe heute einfach ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, das höre ich immer beim Fernsehen. Das wäre eine super Sendung. Wir haben ein gutes Gefühl, wir machen hier großes Tennis. Ich freue mich total, dass du hier bist. Das stimmt, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist das merken. Ich freue mich total, das sollte ich auch. Da wird doch sowieso alles rausgeschnitten hinterher. Ich finde, es ist der amerikanische Präsident werden. Ja, dann nochmal. Change. Yes, we can. Wir müssen uns ja beeilen heute, Frau von Sinn. Ja, weil unsere beiden Gattinnen Geburtstag haben heute. Herzlichen Glückwunsch, lieber Schatz. Sie können jetzt auch Ihrem liebe Schatz herzlichen Glückwunsch sagen. Oh Gott. Aber es ist ja schon spät. Ich meine, wenn wir aufhören, ist der ja schon fast wieder vorbei. Ja, aber ein bisschen Champagner können wir noch getrunken. Meinen Sie? Haben Sie heute schon was drin? Ich meine, jetzt Alkohol. Geht. Nicht doch. Nicht doch, bitte. Das stärken Sie ihn nicht dahin. Ich habe noch nichts drin, aber ich kann vielleicht mal diesen sehr schönen Oberrat präsentieren. Den hat mir nämlich mein lieber Schatz zu meinem Geburtstag wiederum geschenkt, weil ich doch der König bin. Ich sage es kurz, ein kleiner Helly soll der König sein. Schön, oder? Schön. Wunderschön. Danke. Ich sehe da wirklich Sonnenkönig oder Königin? König. König, weil das habe ich vom Urmel aus dem Eis. Wenn Urmel spielt im Schloss, dann sagt das Urmel, ich sage es kurz, ein kleiner Urmel soll der König sein. Und da habe ich das Heer, deswegen bin ich der König, obwohl ich eigentlich eine Königin bin. Eben, das verstehe ich ja auch nicht. Ja, aber es ist nun mal so, dass ich das fühle... Aber ist auch jetzt kein Thema für die Sendung, oder? Okay. Ich wollte gerade sagen, ob das der erste... Nein, du hast als erstes eine Urmelfrage. Ich habe keine Urmelfrage, nee. Aber ich bin ja mal gespannt heute, wie ihr euch so... Schlagt. Dingsbumst, Dingsbumst. So, fangen wir an, ja? Wolfgang Wedek. Wohnt in Herthen. Der Wolfgang. Das ist schon mal eine wichtige Information. Weiter, weiter. Hallöchen, Wolfgang. Da ist sie, ihre Frage. Wolfgang Wedek aus Herthen möchte wissen, was ist der sogenannte Waldi-Test? Das ist immer vor der Sportschau, wenn Waldemar Hartmann nach 16 weiß, ob seine Mitinterviewpartner mindestens auch zwei Prumle drin haben. Der lässt sich immer anhauchen vor jeder Show. Der Waldi-Test hat vielleicht irgendwas mit Dutzen zu tun oder so, das würde da auch ganz gut passen eigentlich. Oder wie lange man so ein Schnurrbart tragen kann. Aber der Dackel an sich heißt doch gerne Waldi. Ja, früher jedenfalls. Wozu ist der Dackel gemacht? Der ist so lang und schmal, um in diese Fuchsbauten rein, Dachsbauten, ja. Dachsbauten, deswegen ist vielleicht der Waldi-Test... Wir müssen Dachsbauten jetzt auch schon vom TÜV abgenommen haben. Ja genau, ist der Waldi-Test eben so, dass man sozusagen versucht, ich weiß auch nicht, vielleicht lässt man irgendwas irgendwo durchlaufen, um zu gucken, ob es dick genug ist. Ob der Hund wirklich ein Dackel ist? Moment, 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 Moment. Auf was war das eben? Ob es dick genug ist? Man lässt irgendwo was durch? Der Dackel. Der Dackel. Man lässt was durchlaufen, um gucken, ob es... Also man hat irgendein Rohr oder so und schickt da irgendwas durch und da guckt man halt, ob das so... das Privatleben einfach mal rauslassen aus der Sende und dass wir vielleicht weiterarbeiten können an der Frage. Das fände ich total gut. Wirklich. Ich würde mir die mal alles klein auf mich gewöhnen. Das ist ein Fehler. Ich hab's los. Also, es ist um zu checken, ob das Ding wirklich ein Dackel, also ein Waldi ist, der wird auf 100 kmh beschleunigt, da gibt es dann halt so einen Mini mit scharfen Kanten versehenen einen Tunnel. Wenn der Hund unversehrt durchkommt, ist es ein Dackel, wenn ich... Wie kriegen die da durch? Denk ich dem China-Böller in den Arsch oder wie kommt der Dackel überhaupt durch die... Sind wir vielleicht bei der Firma Steif, weil ich weiß, dass der kleine Waldi, den ich damals hatte, der kleine Dackel von der Firma Steif, der hieß auf jeden Fall Waldi. Ist es also vielleicht ein Test in einer Spielzeugfabrik, dass es eben nicht giftig ist oder dass die Knopfäugelchen nicht rausfallen oder dass sich Kinder da nicht dran verschlucken können? Der Waldi-Test in der Spielzeugfabrik. Sie müssen schützen gegen Wasser, Asbest, Laminat, Dosenbier und Investoren. Okay, vielleicht kann man Laminat noch verändern, aber ansonsten lassen wir nicht mit uns reden. Latex. Latex. Sind wir im Motorsport vielleicht? Was machen wir denn da? Da gab es einen sehr erfolgreichen Motorradfahrer, Ralf Waldmann. Ich glaube, der wurde auch Waldi genannt und vielleicht gab es da irgendeinen Test, den erstladen und technisch. Und zwar... Wie sah der Test aus? Die Knieschoner? Es ging um Knieschoner. Ist falsch, aber trotzdem. Ja, komm, genieße einfach diesen kurzen Moment von Schinsgefühl wie Schalke als die Sachen, sie sind Meister. Ja, so fühlen wir uns hier jede Woche. Das wird wieder eine Abkürzung sein, W-A-L-D-I. Das wird irgendein Test sein, der überhaupt nichts mit Dackeln oder hat gar nichts damit zu tun. Gleich gab es auch einen Doktor, Eduard Waldi, und der hat einen speziellen Test gemacht, wo man zum Beispiel über Bakterien testen kann, ob sie sich auf Petrischalen rechtwinklig anordnen. Zum Beispiel. Sie wissen jetzt nicht, warum wir lachen, aber er hat vor der Sendung mal kurz über Petrischalen gesprochen. Und dass es auf der Erde keine rechten Winkel gibt. Nein, 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 in der Natur. Nach seiner Religion. Nein, in der Natur. Es gibt Leute, die nicht mehr. Die Bild-Zeitung, die Schlagzeile, wir sind Hoeker. Spätestens dann wandern wir aus. Spätestens dann sind wir weg, ja. Also der Waldi-Test, was ist jetzt hier? Ich finde das mit dem Hund nach wie vor charmant. Das ist vielleicht, wenn Autos... Das ist gar nicht schlecht mit dem Hund. Ne, oder? Waldi ist einfach mal so ein gängiger Hundenname wie Fifi, dass man vielleicht, wenn zum Beispiel bei Crash-Tests für Autos, guckt man ja wieder alles mögliche durch die Gegend fliegt. Das ist auch so eine Waldi-Puppe. Wie weit soll der Hund fliegt? Weil der Hund ist ja nicht angeschnallt, wie weit fliegt der bei einem Auffahrunfall zum Beispiel. Ach, der Wackeldacke. Weil er durch den Kühlergrill passt. Der Wackeldacke. Schön auf den Mund, wackeldackeld. Entschuldigung. Ja. Kleiner René-Marik-Vorsprung. Ach. Also ein Waldi, ein Hundetest. Oder es ist bei, ganz schlicht und ergreifend, beim Hunde abrichten, dass Waldi irgendwas schnallen muss. Also irgendwas apportieren muss. Muss denn Waldi schnallen? Ja, Waldi muss schnallen, dass er bei Fuß gehen muss. Ach, oder den Gürtel enger. Oder in den Fuchsbau rein. Ich bleibe in der Autoindustrie, wenn Bremsverhalten getestet wird und man dann ja einen oder anderen Waldi mal auf die Strecke schickt, um zu gucken, ob das Auto rechtzeitig... Ja, besser als Fußgänger, meine. Genau. Das kommt drauf an. Analog zum Elchtest. Ja. Ist es vielleicht ein Hautarzttest bei Allergikern, ob die gegen Hundehaare allergisch sind oder Katzenhaare, aber das wird bei den Hundehaaren liebevoll der Waldi-Test genannt. Dann müsste es ja für Katzen auch einen Test geben. Ja, das ist der Mischi-Test. Der Mischi-Test. Der Mischi-Test. 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 Scheiße, ich bin durch den Mischi-Test gefallen. Das ist ein schlimmer Satz einfach. Du bist schon oft durch den Mischi-Test gefallen und warst noch nie beim Hautarzt. Ja. Das ist nicht logisch einfach. Ja, da gibt es die schöne Geschichte mit dem Mann am Strand, der... Ich habe ein bisschen Sorgen jetzt. Ich lasse es bleiben. Oh Gott, ja. Sehr gut. Wenn ich jetzt erst 30 Mal gehört habe, können Sie es gerne sagen. Nein, nein, das Problem... Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja, dann sagst du es doch mal heimlich. Da fragt ein Mann am Strand eine Frau, entschuldigen Sie, dürfte ich mal Ihre Muschi fotografieren. No. Und da sagt sie, gern, wenn Sie so lange meine Katze halten. Ja, genau. Den hatte ich leider schon 42 Mal gehört. Ach doch, dann lass ich ihn weg. Das war auch nicht am Strand. Dann lass ich ihn weg. Der muss am Strand spielen, sonst ist er nicht lustig. Ja, dann muss ich sagen, FKK-Strand sein. Nein, nein, nein. Ich glaube, der Strand ist eine völlig irrelevante Information für diesen. Es könnte zum Beispiel auch auf einem Campingplatz funktionieren. In der Waldorfschule. In der Waldorfschule. In der Waldorfschule. In der Waldorfschule. Ja, Waldi-Test. Oder wenn jetzt beim Kölner Karneval irgendwie die Jungs waren. Waldorfschule, Waldi. Was ist mit einer Waldorfschule eigentlich? Haben wir schon mal über eine Waldorfschule heute gesprochen? Er hat doch gesagt, Hund ist nicht schlecht. Hund ist nicht schlecht. Ist es vielleicht so ein Test in der Briefträgerausbildung, dass die halt am Tag ihrer Prüfung nochmal an einem Rottweiler, einem Dackel, einem Mops. Ja, finde ich auch gut. Vorbei müssen einfach, werden vorher noch mit Fleischwurst eingerieben oder so. Und müssen dann an den Hunden vorbei. Aber es geht ja nicht um die körperliche Verfassung der Briefträger, sondern einfach nur, ob die Hose reißfest ist, damit die Postgres nicht immer neue Hosen kaufen muss. Soll ich es euch mal... Es geht jetzt um Hundebekleidung. Es gibt ja manchmal so alberne Deckchen. Ich sag's euch mal. Waldi-Test. Warum auch immer, aber wir wissen alle, Hunde pinkeln bevorzugt an Laternen. Das hat Folgen. Schwerwiegende Folgen für Laternen. Man glaubt es kaum, aber Hundeurin ist eine scharfe Chemikalie, die Metall zum Rosten bringt. Und so werden ca. alle fünf Jahre unsere Laternenfälle mit Ultraschallgeräten gecheckt. So kann man prüfen, ob die Gefahr besteht, dass der Laternenfall vielleicht mal umknickt, weil zu viele Waldis dagegen gepinkelt haben. Deshalb heißt dieser Ultraschalltest Waldi-Test. Das ist ja super. Wolfgang, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Jörg Köster wohnt in Philipshaven. Und Jörg Köster möchte wissen, was ist ein sogenannter Pfannenboy? Pfannenboy? Pfannenboy. Boy! Ja, ja, ja. Es gab den Polyboy. Der kam doch früher. War der Polyboy, hatte der nicht so einen Akkupatz unter seinen Füßen? Der ist schon älter geworden und hat jetzt eine Bettpfanne. Der Polyboy, das war irgendeine Werbefigur aus den 60ern? Ich nehme mal an 60ern. Und es war eine Politurmittel für... Ja, ein Politurmittel. Dann kam der Polyboy und der hatte was unter seinen Füßen geschnallt und wienerte etwas. Ein Lakettboden. Dementsprechend ist der Pfannenboy so ein Kratzerl, um die Verknusperungen in der Pfanne zu lösen. Ohne, dass man die ganze Beschichtung kaputt macht. Um die was zu lösen? Verknusperungen. Den Dreck in der Pfanne, die Essensreste. Zum Reinigen. Eine Reinigungshilfe für angebratene Pfannen, Essensreste in Pfannen. Angebratene Pfannen. Angebratene Essensreste in Pfannen. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur der Kollege vom Küchenfreund. Der Pfannenboy. Kennt ihr den Küchenfreund nicht? Von wem? Wer kennt den Küchenfreund? Hallo! Wer kennt den Küchenfreund? Ich! Ja, ne? Dann erklärt ihr beiden doch mal, was das ist. Der Küchenfreund ist einfach dieser Schaber, mit dem man aus der Pfanne die Sachen rausschaben kann. Der ist ein Pfannenwender, Entschuldigung. Ja, aber der heißt auch Küchenfreund, weil du nämlich damit auch etwas nicht wenden kannst. Und der Pfannenboy ist sein Kollege, der einen Austausch hier in Amerika hat. Ja, genau. Wie wäre es denn, wenn wir einfach in einer Großküche wären, wo sehr viele Aufgabenfelder verteilt sind. Da gibt es den Chefkoch und der Pfannenboy ist speziell der Küchenjunge, der dafür zuständig ist, nach jedem Bratgang die Pfannen zu reinigen. Ja, dann gibt es ja nicht nur den Pfannenboy, dann gibt es auch den Topfboy. Ja, genau. Den Tellerboy. Da kannst du ein Aufbaustudio machen sozusagen, also als Pfannenboy. Und wenn du sozusagen ein Aufbaustudio machst, dann kannst du auch Töpfe und Besteck. Wie wäre es denn? Ich finde es geht ein bisschen wie der Gehilfe von so einem alten Superhelden, so wie Iron Man und sein Assistent Pfannenboy. Was ist los? In Form einer Pfanne. Der Pfannenboy ist so ein kleiner Griff, also ich kenne das nur von so Outdoor-Geräten, dass man, man hat so eine Pfanne, die liegt über irgendeinem Kocher. Und der Pfannenboy ist so ein kleiner Haken, den man so anpacken kann. Ein Campinggriff. Überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Oder es kommt aus der Zeit, so Haus am Eaton Place, wo man noch ganz, ganz viel Personal zu Hause hat und es gab einen, der nur für die Pfannen zuständig war. Oh, haha, es gibt doch noch Bettpfannen. Entschuldigung, genau, genau. Wir sind nämlich nicht bei Bratpfannen, wir sind bei Bettpfannen. Das heißt, die Bedienstleister, was ihr meint. Die Bedienstleister. Habe ich selber gemacht, deswegen weiß ich das. Super, du hast es jahrelang gemacht. Ich war 20 Monate Pfannenboy, ja, genau. Ja, es war schön. Vielleicht sind wir auch bei den Whartons, Gute Nacht Pfannenboy. Ja. Hab ich schon erzählt, dass ich mit den Whartons, bin ich ja durch. Mehrere Male. Ah, wir sind in der Medizin in der Orthopädie und zwar in der chirurgischen Orthopädie. Hüftpfanne. Es ist ein ganz spezielles Gerät, mit dem die Hüftpfanne ausgeschabt wird. Boah. Es ist nicht eklig, aber es hat einen eigenen Namen. Es ist, genau. Und bevor man dann das künstliche Hüftgelenk reinsetzt, wird der Pfannenboy benutzt. Vielleicht ist das auch einfach der Assistenzarzt, der diese ekligen Sachen macht. Vielleicht ist der Pfannenboy auch das künstliche Hüftgelenk, sozusagen. Aha, bei dem Gesicht komme ich dann mal schnell zur Dachpfanne. Es gibt doch auch noch Dachpfannen. Vielleicht ist also der Pfannenboy, vielleicht sind das für den Dachdecker so kleine Hilfen, um ein Dach zu, mit Dachziegeln. Welche Hilfen? Ja, ja. Es hat nichts damit zu tun, Herr Bader, deswegen mühe ich mich nicht weiter. Doch, doch. Doch, doch, doch. Ach, 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 ach. Dachpfanne. Aha. Ja, so, meine Damen und Herren, falls Sie jetzt erst einschalten, Frau von Sinnen hat soeben. Das ist das kleine Häkchen, die man in den Balkenverschrebungen festmachen kann, damit die Dachziegel darüber einen Halt haben. Ne, die haben hinten, glaube ich, so eine, also so eine Dachpfanne von hinten sieht so aus und hat sozusagen so eine kleine, so eine kleine rechtwinklige Kante und damit hängst du es über das Gebälk, ins Gebälk ein. Das nennt man kleine rechtwinklige Kante. Ich meine, es gibt ja keine rechten Winklige Kante. Ist der Pfannenboy der junge Mann, der dem Dachdecker, dem Zimmermann, oben auf dem Dach die Pfannen anreicht? Ja, er steht unten und reicht hier. Nein. Nein, der Pfannenboy ist eine bestimmte Gereitschaft oder so etwas, was der Dachdecker am Körper trägt, wo die Pfannen alle drin sind, wo er immer so und dann rutscht die nächste so. Ach so. Aus so einem, wie bei so einem Zigarettenhaut zu machen. Nicht auf Körper. Auf dem Dach steht das Ding. Genau, das ist wie im... So ein Dachpfannspender quasi. Wie auf den Flughafenpoiletten, wo du stundenlang unten diese Papierchen rauszuhst. Also kein Spender, aber ich lass es mal so gelten. Ein Dachpfannspender. Ich lass es so gelten. Muss ich... Ja, ja. Kommen die nacheinander drauf. Und der muss jedes Mal Geld einschalten. Ja, genau. Und nur 10. Ach scheiße, ich hab nicht mehr gleich. Also, der sogenannte Pfannenboy ist ein rollbares Gestell, das für zig Dachpfannen Platz bietet, damit der arme Kerl nicht immer jede Dachpfanne einzeln irgendwo herholen muss. Und die kann er am Dach befestigen und kann sie praktisch immer mit sich mitnehmen. Das ist so, ich hab's vorhin auf dem Foto mal gesehen, das ist ein großes Teil, wo er sich die Dachpfannen nehmen kann. Das nennt man Pfannenboy. Also eine Hilfe für den Dachdecker. Das war sehr gut. Warum haben wir denn das Foto jetzt nicht hier, Herr Ball? Weil die Rechte noch bei dem Foto sind. Vielleicht war es eine rechte Frage, vielleicht wollte ich es auch einfach nicht. Ja. Ich glaube, das Foto ist entstanden, als er selber nach einer Feier daneben saß. Und ich musste hier runterkommen. Nachdem ich dachte... Ja, Jörg, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Manchmal gibt's Geld, meine Damen und Herren. Das können Sie auch bekommen, wenn Sie Fragen haben. Können Sie uns die einschicken. Machen Sie es einfach. Genial daneben. 50 616 Köln. Oder Sie rufen an. 013 718 1120. Oder auch eine E-Mail geht. Fragen. Genial daneben.de Drück ihm Daumen. Und Florian Windrich wohnt in Dellixen. Das liegt in Niedersachsen. Florian Windrich möchte wissen, was ist ein Akustikkragen? Ein Akustikkragen? Ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das kann ich auch sagen. Bitte gerne. Soll ich anfangen? Ihr könnt es ja zusammen sagen. Ein Akustikkragen. Ja. Ich bin ja alt. Sehr, sehr alt. Wenn ich auf... Ihr seid süß. Ich weiß, ich seh nicht alt aus. Aber ein halbes... Aber ein halbes Jahrhundert ist ein halbes Jahrhundert. Jedenfalls vor 30 Jahren konnte ich noch zu einem Ten Years After Konzert gehen ohne Probleme. Wenn ich heute zu meiner Lieblingsband Rosenstolz gehe und vor den... ...wummen vor diesen großen... Da brauch ich Nupsis für die Ohren, weil ich sonst von der Akustik so einen Haus kriege. Und das ist ein Akustikkragen, Barbara. Haha, sehr schön. Ich glaube, es ist etwas... Könnte falsch sein, Barbara. Du. Ich glaube, es ist etwas, was die Beamten häufig benutzen, denen ja tagsüber häufig mal der Kopf so nach unten fällt, weil sie einschlagen. Und jedes Mal, wenn der Kopf... Kommt ein Geräusch! Oh! Oh! Das Finanzamt von Boyle macht einen Ausflug heute, oder? Ja, ich dachte, man kann genau sehen, wer hier alles im öffentlichen Dienst war. Jaaaa! Die sind gerade alle wach geworden. Die haben sich gerade gedacht, boah geil, gibt es sowas? Man setzt sich ja immer eher mit dem Rücken zur Tür, damit derjenige sozusagen nicht sieht, wenn man so sitzt. Man denkt, man sucht was. Genau. Denken sie nicht. Ja. Ist der Akustikkragen vielleicht ein akustisches Phänomen? Ja. Keine Angst, ich werde konkreter. Und zwar ist der Akustikkragen zum Beispiel, wenn eine Glocke läutet und ein großes Haus steht davor, oder irgendetwas, was abdämmt. Ist der Akustikkragen die Stelle, wo der Schall noch nicht gedämmt wird? Also die Grenze zu der Stelle, wo der Schall entlang geht und wo der Schall nicht entlang geht? Hat einer von Ihnen irgendwie verstanden? Ich habe das verstanden, weil ich auch so eine ähnliche Idee hatte. Oder vielleicht auch bei einer Stereoanlage. Es ist ein akustisches Phänomen, bis wohin die Töne wabern. Wenn man das zum Beispiel aufzeichnet, irgendwie den Schalltrichter aufzeichnet, dann sieht das vielleicht aus wie ein Kragen. Und das nennt der Akustiker den Akustikkragen. Das ist soweit falsch jetzt. Oder es ist so, es ist vielleicht irgendeine architektonische Sache da, wo halt Akustik wichtig ist, zum Beispiel in Konzertsälen oder wo Opern oder sonstige Sachen gegeben werden, dass man da, ohne dass ich jetzt wüsste, wie der aussieht, einen Akustikkragen einbaut, um halt möglichst gute Beschallung des Saales zu garantieren. Müsste aber schon wissen, wie er aussieht. Ja, aber es hat nichts damit zu tun. Ich gehe mal schnell mit euch in die Bergwelt. Hat es etwas mit Geologie zu tun? Weil es gibt ja Echos. Hat es etwas mit der Struktur von Bergen zu tun? Wir waren doch eben in der Konzerthalle. Ja, aber da haben Sie so albern geguckt, dass ich dachte, es ist falsch. Nein, wir waren in der Köln. Es ist ja auch falsch, aber ich habe nicht albern geguckt. Doch, doch, haben Sie. Wie wär's denn, äh, ich bin in der Glockengießerei, der Akustik... Hör doch mit den Glocken auf, das ist ja furchtbar. Was soll denn das? Glocken, Glocken. Finde ich gut, Glocken, mach weiter. Und zwar unten, vielleicht nennt man das, nennt der Glockengieße den unteren Rand Kragen. Sehr gut. Und der ist für die Akustik extrem wichtig. Sehr gut, finde ich sehr gut. Und wenn der Kragen nämlich dick ist, ist die Glocke dunkel und wenn der Kragen dünn ist, dann ist die Glocke hell. Ja, und wenn der Kragen so einen Hals hat, hat er 14 Wirbel. Akustik Kragen. Sind wir bei einem, wenn es nicht bei Glocken ist, dennoch bei einem Musikinstrument, vielleicht bei einer Tuba oder einer Posaune, dass der... Habt ihr das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ihr habt's gesehen, ne? Ich hab's gesehen. Wie wir hier gedemütigt werden, Tag für Tag. Ich konnte das auch mal. Wie ging das nochmal? Ich hab so viele Ringe, dass ich's nicht mehr kann. Naja. Ja, machen Sie's jetzt schön. Na! Und mein Lieblingsgesicht. Herr Walter, wir haben 2009, Sie müssen sich ein anderes Gesicht ausdenken. Das krieg ich jedes Jahr. Ist der Akustik Kragen etwas an einer Orgel, entweder einem Tastaturinstrument oder eben an einer Tuba oder Posaune? Die Biegung der... Ist es eine bestimmte Ausstülpung am Ohr, der... Hals nach dem Ohr, der redet vom Akustikkragen. Wenn man, äh, zum Beispiel hat der... Oh, das neue Gesicht! Ja, habt ihr das? Das neue Gesicht! Das neue Gesicht! Ich lüge doch! Das Gesicht 2009! Wir haben ein neues Gesicht 2009! Herr Meiner! Bitte nochmal! Ich mach's weiter, jetzt ist es wieder weg! Unter Druck kann er nicht! Unter Druck kann ich nicht arbeiten! Das stimmt! So, was ist jetzt? Ich finde das schon schlimm genug. War irgendwas schon mal nah dran gewesen? In irgendeinem Gebiet? In keinster Weise! Mikrofonie! Diese ganze Hain-O-Geschichte hast du noch gar nicht weiter vertieft. Wie Hain-O-Geschichte? Was für eine Hain-O-Geschichte? Was für eine Hain-O-Geschichte? Ja, das ist vielleicht wirklich was im menschlichen Ohr ist. Da gibt's doch auch Amboss und den ganzen Käse. Vielleicht heißt da irgendwas, äh... Akustikkragen. Ja. Im Ohr. Es gibt ja auch so ein Galgenmikrofon, vielleicht gibt's auch irgendwas, was wirklich in den Raum eines Kragens angeordnet ist. Es gibt Mikrofone, die werden so um den Hals gelegt und nehmen hier direkt von den Stimmen dann die Töne ab. Ich hab' lange geraucht. Nein, nicht... Oh! Oh! Ich redete von Tom Cruise und Mission Impossible. So was? Nein. Komisch! Was könnte denn der Akustikkragen sagen? Die Frage ist, wird der Akustikkragen benutzt, um einen... Es hat ja was mit Schall zu tun, ob um den Schall einzufangen oder um ihn verbessert auszusenden oder beschreibt er einfach nur einen Schallzustand? Wenn wir jetzt nicht nur bei dem Phänomen der Akustik sind, sind wir vielleicht in der Tier... Da war das Gesicht wieder, Nation, ihr habt's jetzt nicht gesehen. Scheiße. Sind wir vielleicht in der Tierwelt? Beschreibt man das vielleicht bei Vögeln oder so, die so ihren Kamm so... Oder beim Hund zum Beispiel. Wenn die aufmerksam sind, dass die Ohren sich irgendwie so aufrichten und dadurch ja Nacken, Kragenmuskulatur sozusagen dann sich so aufstellt und dadurch halt... Sind wir in der Tierwelt, alter Mann? Überhaupt nicht. Nein. Also generell finde ich aber die Idee mit einem Kragen, wie auch immer geartet, der Geräusche von sich gibt, gar nicht so schlecht. Und wer weiß die Kirche, dass die noch so aufdrücken, wir kommen jetzt rein. Wir kommen jetzt rein. Ja, genau. Wir gehen jetzt rein. Wir sind jetzt drin. Der Fuchs ist ja im Bau. Super geil. Vor allem, so eine Waffenerin hat, wir gehen jetzt rein. Sehen wir vielleicht bei der Geburt, bei schwangeren Frauen, denn das Baby bekommt ja auch sehr viel Geräusche mit, wenn es dann schon größer ist. Es ist... Spricht eine Hebamme vielleicht von einem Akustikkragen? Es ist etwas Metallenes... Siehst du es gerade vorhin? Ja, ja, ich habe gerade so ein Bild. Also, Uri... Er spürt es gerade in sich. Er spürt es gerade in sich. Ja, was denn jetzt? Also, das ist bei einem Kran zum Beispiel, der oben dreht, da nennt man diesen... diesen Drehteil nennt man Kragen. Und den gibt es in laut und in leise, so wie es ja auch Flüsterräder bei Bobbycars gibt. Und die leise sind teurer. Warum sollte man einen lauten kaufen dann überhaupt, wenn es auch leise ist? Nein, weil der billiger ist. Der billiger ist. Also beim Bobbycars sind auch die Flüsterräder teurer als die normalen Räder. Auch beim Anhänger. Wir sind auch nicht beim Martinshorn auf einem Polizeiauto. Gibt's Bobbycars mit Anhängern? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Gibt Kombis und alles. Ja klar, doch jetzt, irgendwo müssen sie ja sitzen. Ja, also... Die einsamen Ferraris, ich habe Bobbycars in der Garage. Wir sind auch nicht bei der Feuerwehr, ne? La lülala. Ne, la lülala überhaupt nicht. Ey, es wird langsam Zeit, dass ich euch... Wir sind bei Überschallflugzeugen. Überschallflugzeuge, wenn die fliegen, dann fliegen sie ja schneller als der Schall. Und was sie dann haben, ist einen, vielleicht heißt das sogar wirklich Akustikkragen, der nach hinten weg geht. Ah, natürlich! Und der berührt... Hauptsache, mir gefällt's. Und der berührt... Also das ist der Schall, den der halt überholt hinten. Man kann sich das... Ich könnte jetzt eine Powerpoint-Präsentation zeigen, aber... So. Und wenn der berührt, natürlich an irgendeiner Stelle, weil er immer weiter auseinander geht, in zwei, ja sogar drei Dimensionen, berührt er irgendwann den Boden. Und in dem Moment, wo der, äh, wo dieser Akustikkragen einen Menschen passiert, hört man den Überschallknall. Kleine Information am Rande. Ist das vielleicht der... Äh, wie war der Anfang jetzt nochmal? Flugzeug. Überschallflugzeug. Nein. Nein. Dann musst du's uns jetzt sagen. Gibt es keine Chance... Taubenschlag! Wollen wir mit irgendwas... Nein, Tiere gar nicht. Keine Tiere, Maschinen... Hat es was mit Kragen, Textilien... Es hat was mit Maschinen... Äh, weitesten Sinne schon. Ja, ja, hat es, hat es. Also dann ist es vielleicht wirklich in einer lauten Fabrik, wo die Menschen im Kragen eine Art Kopfhörer oder Kopfschutz eingebaut haben, so zu sagen, ähm, um sich vor dem Lärm in einem Fabrikgebäude zu setzen. Ich sag's euch mal. Es ist eine Vorrichtung, die an Motorradhelmen angebracht wird. Ach, scheiße. Wir waren gerade bei Astronauten schon bei Helmen. Legt sich wie ein Kragen um den Hals des Fahrers und schützt die Ohren vor lauten Fahrgeräusch. Daher heißt das Ding Akustik. Krass. Ja, mit keinem Motorrad fährt. Also, Florian Lindrich, 500 Euro. Gratulation. Das ist super. Mach das nochmal. Total gute Klugscheißerreaktion. Was? Er liest die Antwort von dann so. Was hab ich in der Zeit gesagt? Das ist immer so. Ja, ja. Es ist immer jemand hier, der macht... Das sind die Leute... Hast du das auch so geliebt, wenn man früher mit Leuten Trivial Pursuit gespielt hat? Ja, genau. Die kriegt dann, wenn man selber dran... Oh, ist das einfach. Ist das einfach. Ist das einfach. Ja, genau. Wenn es selber dran war... Wie viele Goldspille liegen auf dem Mond? Ja. Oder wie beim Dschungel. Peter Bonn fliegt raus. Ich hab's gewusst. Ja. Das war ja normal. Das war ja normal. Das haben wir alle gewusst. Schuler Siegel ist doof. Ich hab's gewusst. Verdammt. Das ist eine Frage bei Trivial Pursuit, aber rosa wahrscheinlich. Ja, das ist eine rosa Frage. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir nach Mainz. Wie ist... Sebastian Herber wohnt in Mainz. Und Sebastian Herber möchte wissen, was ist eine Krankenschwester-Uhr? Eine Krankenschwester-Uhr? Ja. Die klingelt alle sieben Minuten, weil die dann zum nächsten Patienten muss. So, Frau Müller, wie geht's uns denn heute? Fring! Oh, ich muss weiter. So, Frau Müller, wie geht's denn heute? Und auch so... Gestern ist bloß schade, wenn ihr bei Minute acht gerade bei einer OP assistiert. Oh, ich muss weg. Schade. Oder es ist so eine Art Kuckucksuhr mit einer Krankenschwester, die rauskommt und sagt, wie geht's uns denn? 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 Das wäre eine Heidi Klum-Uhr. Und um 12 Uhr sag ich, wie geht's uns denn heute? Wie geht's denn heute? Wie geht's denn heute? Genau. Nein, eigentlich haben wir so in den amerikanischen Art-Serien, die haben ja meistens so einen Pieper, wo die dann angepiept werden, aber vielleicht ist das jetzt eine neue Erfindung, dass die halt über die Uhr ein Signal bekommen, dass die wissen, okay, sie müssen zum Dienst, wenn sie Bereitschaftsdienst haben vielleicht. Wie soll das funktionieren? Über Satelliten. Mit Strom. Batterien. Und moderne Technik. Ist eine Krankenschwester-Uhr vielleicht eine digitale Uhr? Weil die normale Uhr hat ja nur 12 Stunden, die sie anzeigen kann. Während die digitale ja von 0 bis 24 alle Stunden anzeigen kann. Und da die Krankenschwestern furchtbar viel arbeiten müssen und viel zu wenig Geld dafür bekommen, ist vielleicht eine digitale Uhr eine Krankenschwester-Uhr. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das macht nichts. Ich hoffe, alle Krankenschwestern in der Nation haben mich verstanden. Aber da kann man auch eine normale Uhr nehmen, man muss ja nur dann auch weiter kurz auf völlig los sind. Haben Sie denn nicht verstanden, was ich damit sagen wollte? Jetzt hast du die Prozesse. Die digitale Uhr kann 24 Stunden anzeigen, während die normale Uhr nur 12 anzeigen kann. Aber zweimal 12 sind auch 24. Ach Herr Balder, darum geht es doch nicht. Es war ein genialischer Gedanke von mir, der hier wieder zermürbt wird. Nein, es ist fällig denn auch. Ich finde... Ja. 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 Lassen Sie sich nicht von der Geste davon abhalten, zu klatschen. Aber jetzt nochmal, du kannst mir jetzt ja sagen, dass es falsch ist. Aber ist es vielleicht wirklich eine Uhr von Krankenschwestern, damit das Krankenhaus weiß, ist hier eine Krankenschwester... Ich sag's dir ist falsch. Ich wollte es abkürzen, ist okay. Vielleicht ist es eine Uhr, die sozusagen aufzeichnet, wie lange man im Dienst ist. Also wie so eine Art Stechuhr, also dass du sozusagen da drauf drückst und in dem Moment, wo du dir dein weißes Kittelchen anziehst und abends, wenn du es dir wieder ausziehst, oder nach 36 Stunden, wenn du sie wieder ausziehst... Was für Krankenschwestern? Dann hast du... Vielleicht ist das eine Uhr mit einem Häubchen. Aber ich finde ja... Ich finde den Ansatz gar nicht schlecht, weil die haben ja tatsächlich sehr komplizierte Schichtsysteme und arbeiten zu Zeiten, wo andere Leute nicht arbeiten, dass es irgendein System ist, was denen anzeigt, wann sie jetzt dann mal irgendwann Überstunden oder anfangen, Überstunden zu machen oder sowas. Wahrscheinlich hat sie überhaupt nichts mit Krankenschwestern zu tun. Das ist mal die Pointe. Doch, 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 doch. Deswegen heißt das ja Krankenschwesteruhr. Ist das... Ah! Ist aber die Krankenschwesteruhr vielleicht ein System, wie die Schichten eingeteilt werden, indem die halt irgendwie rotieren. Und die nennen das halt Krankenschwesteruhr. Das heißt irgendwie, die die Nachtschicht hat, die hat dann die nächste Schicht dann halt erst Frühschicht in der nächsten Woche und danach dann... Also so eine Dienstplansystematik. Aber das würde man wahrscheinlich Dienstplansystem annehmen. Ja, würde ich auch sagen. Kann man noch an die Wand hängen. Also vielleicht... Ja, das wollte ich gerade sagen. Ist es etwas zum an die Wand hängen, dass es eben aus Pappe und Plastik ist und die Krankenschwestern sich in ihrem Krankenschwesterzimmer, da selber die Zeiger, die hat ganz viele Zeiger mit bunten... Ja, weil du dann die Frage ja gar nicht stellst. Wenn es eine Uhr wäre, die eine Krankenschwester trägt, ja, und deswegen ist es eine Krankenschwesteruhr, dann wäre es ja relativ schnell beantwortet. Warum sagt denn er jetzt richtig? Ist das so, dass es eine Uhr, die eine Krankenschwester trägt? Nein, wie soll denn eine Uhr eine Krankenschwester tragen? Wenn es eine kurzsichtige Krankenschwester hat, die ganz große Zeiger, was weiß ich... Ich glaube, dass es die Uhr ist nicht... Eine Uhr, die gleichzeitig zum Beispiel Puls messen kann oder andere medizinische Funktionen mit übernehmen kann. Auch, kann sie auch, ja klar. Ha, 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 ha. Ach, dann ist das jetzt richtig? Ne, es reicht mir noch nicht. Nein, nein, aber es ist eine Uhr, die auch Puls messen kann. Nein, was heißt Puls messen? Zum Puls messen braucht man eine ganz normale Uhr. Nein, aber das ist eine Uhr, die den jeweiligen Puls... Blutdruck kann die auch messen? Ne, das kann sie nicht. Die speichert aber diese ganzen Daten, sodass du sozusagen den Puls all deiner Patienten auf der Uhr hast. Aber was kann diese Uhr? Die zeigt nicht die Uhrzeit an, sondern... Sondern den Luftdruck. Genau das wollte ich nicht sagen. Und die Außentemperatur. Nein. Was ist morgen zu essen? Nein, dann meckern doch alle, dass sie zu lange arbeiten und zu wenig verdienen und die Zeit kommt nur die Arbeitszeit an. Das ist ja Blödsinn. Also eine Krankenschwesteruhr ist eine Uhr, die relativ viele Knöpfe hat und sehr viele Funktionen hat, um Sekunden- und Minutenzeiger abzumessen, weil die... Hat die... Nein. Ist das jetzt... Nein, nein, danke. Ich wollte gerade sagen, das ist doch wieder das Gesicht, was ich kenne. Also, die Krankenschwester trägt sie am Arm? Nein. Ist das eine Uhr, die man auf... Aha! Ah, nein! Was ist eine Krankenschwesteruhr? Eine Wanduhr! Ist das eine Kirschturmuhr? Eine Kirschturmuhr? Ja, weil Krankenhäuser sind doch oft in der Nähe von einer Kirche und dann können die immer aus dem Fenster, während sie den Patienten umbetten, gucken, wie viel Uhr es ist. Wieso sind Krankenhäuser so oft in der Nähe einer Kirche? Weil der ist Parttisch, weil der Weg nicht so weit. Achso. Vom Pfarrer, vom Pfarrer... Herr Ackermann, Herr Ackermann, wie groß sind Sie denn? 1,83, Herr Doktor. Ich bin nicht der Doktor, ich bin der Tischler. Ja, genau. Für den wird es auch mal wieder Zeit, finde ich, absolut. Der wird zwar jetzt nicht so ein Brüller. Soll ich es euch mal sagen? Aber wir sind doch gar nicht so weit weg. Ihr seid kurz davor, aber ich kriege ja nicht die Rechte aus. Ja, lass uns doch mal. Nein! Es ist eine Uhr, die sie am Arm hat. Nein! Es ist eine Uhr, die an einem Infusionsgerät hängt. Es ist die Uhr, die der Patient anhat, um die Krankenschwester zu rufen. Was? Wie mit der Uhr? Warum hat denn der dann eine Uhr? Der spricht dann in die Uhr, oder was? Ist das vielleicht eine Uhr, die Aufgaben der Krankenschwester hat? Damit er weiß, wie oft er sie in der Stunde schon gerufen hat. Wen interessiert das denn? Es ist eine Uhr, aber die Schwester hat die Uhr am Körper. Ja! Am Körper, okay, aber nicht am Arm. Nein! Warum hat sie den nicht im Arm? Weil sie so viel arbeiten muss. Weil es nicht, weil es ein Mulsmesser ist und keine Uhr. Nein! Man, an wie viel Orte kann man denn eine Uhr noch stecken? Eben! Um den Hals, als Kette hat sie die. Das ist meine Uhr. Am Kittel. Am Kittel. Die zeigt irgendwas anderes an. Am Kittel. Am Kittel. Warum hat sie die Uhr denn nicht am Handgelenk? Ah, darf sie nicht aus hygienischen Gründen. Die muss sie ja immer ausziehen. Die Krankenschwester ist so angebracht, dass sie von oben rauf gucken kann. Das ist eine Krankenschwester. Ja! 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 Eine Uhr! Natürlich! Eine Uhr! Einfach eine Uhr! Das ist ja toll! Wieso? Aus hygienischen Gründen dürfen Krankenschwestern im Krankenhaus keinen Schmuck an den Händen und keine Uhren am Handgelenk tragen. Weil der Schmuck sonst schmutzig wirkt. So was. Aber Ärzte dürfen wahrscheinlich auch nicht, oder? Auch nicht. Aber du brauchst eine Krankenschwester ja nur ab und zu mal eine Uhr, weil sie halt einen Puls messen muss. Ach so, dann guckt sie da so runter. Und dann wird diese Uhr mit einem Clip hier oben am Kittel befestigt und zwar verkehrt drum, dass sie von oben rauf gucken kann. Das nennt man Krankenschwester. Deswegen ist ja gut, dass ich gesagt habe, es wird ja wohl nicht eine Uhr von einer Krankenschwester sein. Das wäre ja zu einfach. Ja. Da hab ich gesagt doch. Und da war es eigentlich bei Antworten. Ja. Sebastian, es gibt kein Geld. Gibt's nicht. Jetzt gehen wir zu Thorsten. Stimmt. Warum haben wir nicht einfach nur gesagt, es ist eine Uhr von einer Krankenschwester. Nächste Frage. Hätte mir nicht gereicht. Also denkt mal weiter darüber nach, meine Damen und Herren. Sie können auch ein bisschen nachdenken. Wir machen eine kleine Werbung, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Thorsten Streflink. Was? Streflink. Wirklich? Ja, aber mit E. Ach so. Ja. Ihr wird bestimmt Thorsten Knacki genannt, oder? Und moderiert. Und moderiert noch. Thorsten, hören Sie einfach nicht hin. Hören Sie einfach nur auf mich. Schauen Sie mich an, Thorsten. Schauen Sie mich an. Sie schlafen. Thorsten Streflink aus Brisco, Finkenherd. Das liegt in? Sachsen. Deutschland. Brandenburg. Möchte wissen, was ist ein Brillenanflug? Also ich habe das gerade. Bei mir ist das seit zwei Wochen mein linkes Auge fängt manchmal an unscharf zu werden. Und dann habe ich den Anflug vom Gefühl, ich müsste mal zum Optiker. Aber dann ist es wieder gut. Dann würde ich aber trotzdem mal dringend zum Arzt gehen. Ich glaube nicht. Ich habe eine andere Theorie. Dann schieb das ich auch. Ich habe zuerst eine andere. Meine Theorie ist, es gibt ja Situationen, wo der Pilot nicht mehr nach Instrumenten, sondern wieder nach Augenmaß anfliegen muss. Und vielleicht nennen Piloten das den Brillenanflug. Ja, nach Instrumenten ist es auch blöd, es ist immer so laut. Ja. Wenn da so eine Tuba und so. Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, dass... Gut, dass du es noch erklärt hast. Es... Es... Hella, jetzt durch mit dem Gag. Du kannst wieder nachwehren. Also mit Pilot und Schulzeug jetzt nichts zu tun. Doch, mir bin sicher, dass du das zu tun. Nein. Nein, nein, nein. Doch nicht. Ist das vielleicht einfach... Ist ein Brillenanflug einfach eine Schlange, die rumgeschleudert wurde? Warum? Habe ich eben auch gedacht, die Brillenschlange an sich, der Fakir an sich. Der nimmt die Brillenschlange aus dem Fakir-Körbchen. Um sich mal umzuschauen. Um sich mal umzuschauen. Ja. Warum sollte er das tun? Nein, nein, nein. Damit die Brillenschlange sich mal umgucken kann. Was macht eine Brille aus? Es ist... Sie ist sympathisch. Ja, und was macht die... Spass machen, hat mein Optiker immer gesagt. Okay, was macht die Brille noch aus, außer dass sie Spaß macht? Man muss besser sehen, wenn man sie aussieht. Man kann sie zusammenklappen. Ja, was macht die Brille noch aus, außer dass... Man kann sie zusammenklappen. Ja, was macht die Brille noch aus, außer dass... Sie hat zwei Gläser. Genau. Und was... Sie hat einen Mügel zwischen den Fergen. Sie ist acht. Eine acht. Förmig. Genau. Der Brillenanflug ist der Anflug eines Vogels brillenförmig, nämlich so. Du spinnst. Du spinnst. Du spinnst. Du spinnst. Ich glaube, diese Vögel sind aus leicht nachzuvollziehbaren Gründen bereits ausgestorben. Wer so doof ist, muss auch aussterben. Wirklich. Brillenanflug. Ich glaube, wenn jetzt Take-Dead oder irgendwelche Vans auftreten, kriegen die normalerweise Kuscheltiere auf die Bühne geschmissen. Es gibt da vielleicht ältere Künstler. Und dann ist das Publikum vielleicht auch nicht mehr in der Lage, jetzt Kuscheltiere einzukaufen oder irgendwelche anderen Sachen. Und Gebisse und Brillens liegen. Genau. Und dann kommen da Stützstrümpfe, Brillen, alles mögliche nach oben. Vielleicht ist das ein kleines Nüppchen, ein Filznüppchen oder so in einer Toilette. Wenn man jetzt dringend aufs Klo muss und die Klobrille so nach hinten schlägt, weil man Angst hat, man ist nicht schnell genug auf der Brille. Dann ist das hinten an der Klobrille etwas, damit die nicht zerspringt, damit die Klobrille der Abkunft fortwirft. Das nennt der Mann von der Sanitäranlage... Nee, das ist die Bewegung, ist der Brillenanschluss. Von Menschen an sich ist das der, wenn man einen Sprühstuhl hat. Ach bitte. Wirklich. Okay, auf Englisch, dann auf Englisch. Spraytear, Entschuldigung, Spraytear. Falls Sie es jetzt gerade Sonntagfrüh haben und Sie gerade das Brötchen versucht haben, möchte ich mich auch im Namen meiner Kollegen sehr herzlich bei Ihnen entschuldigen, dass Sie jetzt irgendwie... Brillenanflug, aber es hat etwas mit der Achtförmigkeit zu tun. Sind wir auf dem Minigolfplatz, ist es der Anflug von Bällen. Sind wir im wahrsten Sinne Sport, Freizeit, Abenteuer? Der Brillenanflug doch, der kommt aus dem Freizeit-Sport der ferngesteuerten Flugzeuge. Der Brillenanflug ist, wenn man... Es gibt so ein ganz abgefahrenes Manöver. Und zwar landet das Flugzeug, während dem es auf einen zufliegt. Und der Brillenanflug ist, wenn man sich da extrem vertut und einem das Ding in die Fresse fliegt. Also quasi auf die Brille. Also das nennt der Hobby-Modellbau-Pfleger-Brillenanflug. Oder doch nochmal Skispringen, vielleicht gar nicht schlecht. Da hat man ja auch so eine Schutzbrille. In welchem Bereich könnten wir uns denn noch befinden? Im Sport. Schmiede, also Menschen, die etwas schweißen. Bitte was? Schweißer. Ja, Schutzbrillen war doch gut. Brillenanflug, also Funkenflug. Also Sport. Dann würde es ja Funkenflug halten. Aber das mit Brille einem entgegenfliegt. So! Was? Jetzt haben wir es, an Gott sei sein. Und ihr habt mir nicht zugehört. Nein! Jetzt kommt selber drauf. Buh! 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 Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Sag es! Modellflug! Modellflug! Wow! Modellflug! 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 Brillenanflug! Ja, dann ist das, was er... Er hat nicht Modellflug gesagt! Er hat... Er hat... Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja, natürlich! Eigentlich hätte man noch nicht warten müssen. Tierwelt! Boah, das glaub ich nicht. Wie scheiße schläft der denn? Buh! 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 Was hat das Höckerchen gesagt? Das geht nicht. Buh! 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 Bienen-Pollen-Brillenanflug. Sind wir in der Tierwelt, alter Mann? Ja, ja. Also, Brillenanflug geht es darum, wie Bienen ihren Stock anfliegen. Was? Na ja, vielleicht...Pollenflug finde ich gar nicht schlecht. Es gibt ja auch Allergiker, die dann irgendwie dicke Klusen kriegen. Polen sind keine Tiere. Nein, ich rede auch gar nicht von Tieren. Er redet von Polen. Polen war eine Tierwelt. Wir sind in der Tierwelt. Ja, wir sind in der Tierwelt. Der Brille... Könnte, ich kann so nicht auch... Das gibt es ja gar nicht, das ist wahnsinnig. Macht mich völlig fertig, das geht nicht. So. Komm, jetzt setzen wir uns um. Also. Ich gebe euch noch eine anderthalb Chance. Jetzt müssen die Leute ihren Fernseher wieder umdrehen. Also Tierwelt, Brillenanflug, Freunde. Vielleicht gibt es ein Tier, also ein Vogel oder Landtier, dass das Fell schon mal gescheckt ist wie eine Brille. Dass man schon mal denkt, das sieht so aus, als ob so eine Brille. Der Diologe bezeichnet den Brillenanflug einen Anflug auf Sicht und nicht mit Schall. Wie zum Beispiel bei der Fledermaus. Ist der Brillen, wobei das totaler Unsinn ist... Ja, aber die fliegt doch mit Schall. Ja eben, das ist ja auch das... Aber alle anderen haben dann halt den Brillenanflug. Hat es was mit der Vogelwelt und Flugzeugen zu tun? Dürfte ich es verraten? Ja bitte. Der Hoverwart. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hoverwart. Der Hoverwart ist eine edle Hunderasse mit dunklem Fell. Wenn so ein Hund über den Augen zwei helle gebogen verlaufende Fellflecken hat, dann sieht das so aus, als hätte er gefärbte Augenbrauch. Manchmal legen sich bei diesem Hoverwart zusätzlich ein paar helle Haare um das ganze Auge herum. Der Hund zeigt einen Hauch, einen Anflug von Brille. Der Hundezüchter spricht beim Hoverwart in diesem Fall von Brillenanflug. Und das Schlimmste ist, der Hund ist dann fast nichts mehr werden. Ohhhh! Unverschämtheit! Denk was drüber nach, weil du hast nicht nur einen Anflug, sondern du hast einen Brillen definitiven... Wenn ich gerade gesagt habe, geschenktes Fell, das aussieht wie Brille... Ich habe doch gerade gesagt, dass das... Habe ich doch gerade eben gesagt? Ein geschenktes Fell. Habe ich nicht gehört. Ist ja auch forschlich. Warum geht es denn hier auch überhaupt nicht? Mann! Der hat jeden Hoverwart nicht benutzt. Das ist jedes Mal. Das ist jedes Mal. Mach ich nicht. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Du musst ja das Wort Hoverwart sprechen. Geschenktes Fell, das kann ja alles sein, nicht? Aber wir warten immerhin schonmal bei Fell. Aber ist ja... Ist egal, ist egal. Hoverwart... Hoverwart das Wort ist nicht gefallen. Nein, aber da wären wir natürlich sofort drauf gekommen. Das ist in den 2.000 Jahren nicht gefallen. Also wenn ein Hund Hoverwart... Ich war ja mal beim Hundetrainer auf einer Vorlesung und... Ach so, ich dachte... Ist nicht Hoverwart auch irgendwie ein Vorstand vom FC Köln? Das ist... Hoverwart! Nein, nein, nein. Mario in Güte. Ich habe einen Brief bekommen zu meinem Geburtstag vom FC persönlich. Was ist da drin? Wof Wof oder was? Wof Wof hat aber von Herrn Overwart unterschrieben. Und ich habe einen von der Zauberschule. Ja, genau. Meine Damen und Herren, wir werden das Thema hier noch ein bisschen auskosten und machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dann.